ich weiß nicht vom silvester noch hingeblieben irgendwie ist doch doch aber wir können eigentlich eigentlich ja vier stück noch vier stück aha wenn du bei den skaffs hier so solche halbmasken findest ach so ja ja da würde ich gerne zugreifen ja da denken wir dran das ist kein problem hättest du mal eben gesagt ich glaube da waren schon ein zwei gewesen ich habe vergessen ich weiß nicht Cottage willst du da hin meinen Sanitar muss ich auch noch töten naja hinbeulen weiß ich nicht muss ja eh markieren aber wir könnten auch geschmeidig erstmal vielleicht auf die Skaffinsel gucken ach so markieren den Krankenwagen oder was ja naja dann gehen wir da ran nee wir können auch mal hier auf die Skaffinsel ich glaube der ganze Tross ist schon vorbeigezogen dürfte keiner mehr da sein jetzt du hast das gemacht ja ach so ach du hockst da drinnen wie machst du das? na von außen echt? hier brauchst du bloß von außen hier und dann ach so ok ich spring da mal rein aber gut du hast mich nicht gesehen sah aus wie eine Poolparty gerade oh da rennt was ja ja Skaffi war das Skaffi ja? ja definitiv na ich warte mal bis der zurückrennt oh 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 hast du ein Hitz? ich glaube Skaffi unten not sure wurde nicht getroffen zum Glück aber wo bist denn du? na ich hocke hier an dem Gebüsch noch wo du gerade wo bist du gerade nebeneinander? alter aber er hat gerade er hat gar nicht gespielt können ja bloß Skaffis von Dingen oder war er Spieler? ich weiß ja nicht da jetzt steht er ganz rechts am Haus auf der Seite vorm Haus siehst du den ja? ja ganz rechts das Haus davor steht er ja warte ich nehme mal ein Penny nee na den Skaff auf der Insel meine ich jetzt rennt er wieder weg da wäre ein sauberer Schuss geworden na auch nicht für mich ich habe ihn noch sehen noch nicht du gehst du gehst ja ja ich gehe runter ey er schlägt doch schon wieder irgendwas ein was ist denn das alter? ist doch kein Skaff oder? glaub nicht ne doch das ist ein Skaff der schreit da hinten jetzt habe ich ihn gehört naja jetzt auch er schreit naja hab ich das nicht gesehen schießt er immer noch? ja ich bin gerade immer vor dass er von dir erstmal abgelassen hat ok so jetzt würde ich den ja immer weg wenn das ja auch nicht geht bist du schon drüben oder? ach da rennst du ich sehe dich auf dem auch nicht ist das die , das klatt das ist es geht ich habe noch ganz Zeit er weiß ich ja ich glaube ich bin ich Denk dran, da könnten zwei sein, ne? Wir können wahrscheinlich da in der Hütte sein, die links von dir ist, vorrennen hier mal rum. Alter, er wollte einfach wieder nicht sterben, das gibt's doch nicht. Lass mich bloß nicht so lange alleine, ich hab ein bisschen Angst. Du brauchst keine Angst da haben, Papa. Echt eine scheiß Pose hier, Alter. Du hängst im Gebüsch, da passiert nichts. Im Gebüsch, schön reinkuscheln. Ich mach hier erstmal fett looten, Junge. Na, dann ruhig dir mal den Skeff hier weg, hier vorne, mal zeig. Ich will ja nicht rumhocken hier. Ja, holen. Wieso, dann komm ich noch hier ohne lang. Mhm. Ich sitz hier ziemlich blöde. Soap. Oh, zwei. Ja, bring sie um. SJ6, geil. Kann ich mir gleich reinzwerfen. Alter, drei soja. Ja, was? Ehrlich? Oh. Das ist Fernsehwesen, Matai. Naja. Wir werden schon noch was finden. Du hockst dann wo? Wenn du vom Boot kommst, links an der Böschung. Okay. Okay. Ja, komm mal hoch und schmeiß den Busch, ich würde mir noch den Helm holen. Alter, du rennst ja übers Boot. Jetzt habe ich ja Sound gehört. Ja, ja. Ja. Guck mir mal noch schnell den Helm von dem Scafi da. Okay. Weiß nicht, ob du die auch nochmal anfassen willst. Ach. Nee, denn so wie gerade. Der hat auch eine vierer Rüstung, jeder eine. Die ist auch nach unten getastet. NeeeeJ Ich habe genug. Erst mal. Kannst du mitnehmen? Nö, ab, knapp. Alles gut. Ah, so. Hast du ... du hattest Dings für mich, sagst du? Ach, so, ja, warte. Warte mal. Ich schmeiß dir mein Dings hier hin. Ungünstig die Experimente auch auf dem Umfeld! Nimm, nimm, nimm. Vielen Dank, Matze! Bitte, bitte! Na ja, wisst du ja nicht, das wir ihn in Gras schmeißen, und dann gletscht das Ding wieder weg. Ja. Bei mir ist ja letztes der komplette Rucksack weggeglitscht. Ja. Wenn der jetzt weg gewesen wäre, wäre er auch nicht gerade künstlich. Nee, nee, nee. Aber sowas habe ich noch nie erlebt und bisher auch nie wieder passiert, also... Da ist er. Ja, ja. Not sure wo. Du bist außerhalb des Zauns? Ich bin außerhalb. Ich gehe mal vor zum Krankenwagen. Hast du ihn halt? Wie gesagt, hier können auch zwei, drei rumrennen, ne? Matze, mach keinen Scheiß da. Brauchst du Hilfe? Oh, Alter. Brauchst du Hilfe? Nee, geht. Danke. Wo sind die denn alle? Andere Seite halt. Wo bist du? Ich bin hier bei der Rewechshäuser. Ah, okay. Boah, okay. Bin ich, bin ich, bin ich, bin ich. Alter. Einer lügt, sehe ich. Ja, warte mal. Was muss ich denn hier markieren? Doch, hier. Hinten den Krankenwagen hier. Hier hinten in der Ecke. Nee, hier, den scheiß Tisch. Achso. Hm. Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob hier noch ein Scheffi war. Ja. Ich muss ihn ja erstmal kurz zusammenflicken. Ich müsste eigentlich, eigentlich wäre es gut, so jetzt oben Busbahnhof und dann runter zur Küste oder umgedreht. Können wir auch machen. Nee, lass uns erst runter zur Küste. Da ist glaube ich jetzt nicht mehr so viel los. Was? Ja, ich hatte jetzt bloß hier den Bergkamm hier vor uns gemacht. Hm? Dann, dann zur, zum, äh, Haftwerk. Ja, ich muss im Pier noch markieren und oben eigentlich im Ressort. Achso. Ja. Ja, ja. Das ist ja noch richtig wilde Sachen vorher hier. Ja, dann wenn wir schon mal hier sind, die ganze Zeit vergessen den Mist. Der muss auf der anderen Seite sein, glaube ich. Ja, die ist unter uns hier. Ja, die ist unter uns hier. Alter! Ich habe Schallgedämpfte Hitze gekriegt. Ja, ich bin auch fast, also ich habe immer einen Baustoss gekriegt. Ja. War das der? Schießt der Schallgedämpfte auch immer. Nee, das ist was anderes. Da ist ein Spieler. Irgendwo ein Spieler, ja. Da muss irgendwie vom Strand oder so kommen. Wo bist du? Lebst noch? Ja. Ich muss mir immer meinen Baustell flicken, irgendwie. Bist du rüber auf die Linke? Nee. Ja, ja, ich bin jetzt auf die Seite zum Ressort. Du bist da oben, ja. Du, du bewegst dich. Ja. Du hängst da im Gebüsch? Ja, 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 ja. Ich muss mir immer schnell. Ja, ja. Das war ein Spieler. Ja, ja, ja. Und wo ist das Käffi hin? Nee, war ein Spieler. Definitiv Spieler. Aber ihr habt doch ins Käffi gequickt, meine ich. Ja, aber trotzdem, die kamen hinten vom Boot oder so weit. Ja, ja. Das war ein Spieler. Das hätte mich jetzt gewundert, dass er uns Käffi so schallgedämpft abdrückt. Ich geh mal weiter zum Strommast. Wo ist das? Oh, ich krieg Hits. Ja, von wo? Oh, von wo? Oh, von hinter mir. Oh, erst. Nee, zurück, zurück, zurück. Zurück. Ja, es kommt vom Cottage hinten. War ein Spieler, ja? Ja, 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 ja. Nee, was ich erschossen habe war ein Käffi, aber der war es auch nicht. Ein Spieler schießt auf uns. Aber der kann ja bloß über die Freifläche rennen hier. Ja, ja. Also das, die Schüsse kamen von hinten irgendwo. Also Richtung Cottage irgendwie. Oder drüben so. Cottage so rum dort Richtung Fußbahnhof. So die Dreher irgendwie. Wirst du weiter, oder? Ja, los, auf. Tanke, schnell. Ja, dann würde er uns auch definitiv verfolgen. Ja, aber es wird dunkel jetzt. Fürs Sniperchen. Da hat er dann die Arschkarte. So sind wir da unten am Pier, sind wir auch gefangen, ne? Oder wir könnten gucken, ob das Boot da ist. Achso, hat Dennis Käffi bis jetzt durch, oder? Ne, einer fehlt noch. Du bleibst oben, ich geh allein zum Pier. Wenn der Sniper kommt. Nö, wir können ja auch gucken, denn ob das Boot da ist. Ja, dann kann ich dir immer noch sagen, das Boot ist da. Aber wenn wir alle zwei unten sitzen. Ich renne runter zum Pier. Aber du kannst mitkommen, wenn du willst. Das war ja bloß eine Idee, weißt du. Letztes Stück oben. Okay. Ich wollte mir einen Scheiß eigentlich oben draus holen. Naja, du musst oben an der Spitze sitzen, im Gebüsch. Da oben ist so gleich ein Gebüsch, da haust du dich rein. Du hörst ja dann, wenn er kommt, weißt du. Oh, ich hab keine Lampe dran. Oh, ich hab keine Lampe dran. Welche Klaude sind es Käffs, oder? Ja, Matzi, komm jetzt hin und hin. Machen wir die entweder weg oder sterben. Ja, das sind Käffs. Okay. Das waren Käffs. Hast du ja. Einer muss noch draußen sein. Also wenn du runterkommst, beobacht. Naja. Ich bin ja immer noch am Strand. Mhm. Du rennst raus? Ich komme raus. Rennst du hinten rein? Ich komme von hinten jetzt rein, da bin ich hier. Von vorne kommt aber auch was? Na, ich bin hier Haupteingang. Ach so. Ich geh jetzt außerhalb Blauen Sound. Ich denke, du kommst von hinten rein, Alter. Ja. Boote sind nicht da. Okay. Alter, hinten raus. Ja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Schaffen Pumos von der Zeit her. Die Place hast du jetzt da. Ja. Dann brauche ich bloß noch den einen am Ressort. Ob ich schnell Ressort hochrenne? Das werde ich machen. Ich werde schnell. Du kannst rausrennen. Ich werde schnell Ressort hochrennen. Mhm. Jut Schnibbi, du musst ja dann auch los. Auf alle Fälle danke ich dir, dass du mitgekommen bist. Ja, nicht dafür, nicht dafür. Opa, ist geflacht. Oh, ich mach mich raus. Ich sehe die Hand vor Augen nicht mehr. Oh, 10 Minuten. Das schaffe ich locker. Brauche ich den Stim nicht mal nehmen. Roman. Oh... Buffalo TeancF took. Und wie danke. Zhio. Oh my khi. Ich dachte er war tot. Oh my gosh. Du �uck weiter. Oh my God. ich sehe nichts springe ich jetzt richtig nur eine graue masse ich hoffe dass mich auch schon mit uns was aus jetzt hier ich war doch niemals in seinem lichtgegel aber das hat mich doch gar nicht gesehen der schwindel doch was gibt es das war jetzt gut ich sehe mich doch gar nicht ich sehe mich doch gar nicht ich sehe mich doch gar nicht Untertitelung des ZDF für funk, 2017